Wer bin ich? Ich gebe immer anderen die Schuld, aber ich bin der Beste. Stanni, das bist du selber. Stellt euch das mal vor, ich gewinn einfach Hunger Games heute. Dann muss Stanni einfach alles dämstern. So ein Ding ist das. Bro, das Einzige, was du gegen mich wirklich gewinnst, ist der Wettbewerb in Zahnbelag mit mehr draufhaben, Digga. Weil du die Zähne nicht putzt. Pleasant Park. Pleasant Park, Bro. Oder ist es Angst? Pleasant Park. Ah, er hat Angst. Aber ist egal, wir machen Solo ein bisschen die Pakete. Es wird dann gerne, wenn ihr natürlich bei SU gucken wollt, langweiliges Gameplay sehen. Also ich kann jeden, also Leute, wenn ihr einen Stream sehen wollt, mit besonders langweiligem Gameplay, empfehle ich euch den Stream von SU. Chat, jetzt mal Retalk. Wie geil waren die Runden vor Stanni, wie geil waren die Skypies Runden. Alles immer perfekt hinbekommen. Also Digga, jetzt, wenn ihr langweiliges Gameplay sehen wollt, dann müssen wir leider auf Stannis Colts hören. Aber okay? Ne Leute, wenn ihr richtig langweiliges Gameplay gucken wollt, schaltet bitte bei SU ein, Leute. Das tut mir den Gefallen. Weil ich finde einfach... Bro, warum tanzt der da? Bam! Also leckt das hier alles wieder so rum. Ich hab grad schon 4 Kills, Bro. Wie führst du? Möchtest du vielleicht ein bisschen mehr... Da hast du wieder Bots gekippt, ne? Ja, ja. Alles Bots, Leute. Das ist schön, Bro. Bro, bei mir sind wir halt einfach kein langweiliges Gameplay. Das ist schön, dass du deine Bots gehst. Mann! Ich find auch keine Pumpgun, Mann! Was ist das für eine Scheiße? Drecksgame. Ganz halb dieser Drecks-AR muss man rumrennen, Alter. Hm. Ich werd nichts sagen. Das gehört mir. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Wie ein Barbar, Leute. Einfach wie ein Barbar. Mit einer Keule in der Hand, in die Gegner reinrennen und dann draufgehen. Das ist unser Standy. Guck mal, ich geb dir sogar ne Pump, Digga. Und das ist der Dunk. Wow, hast dich einmal in der Runde nützlich gemacht. Einmal, Bro. Wenigstens mach ich mich überhaupt nützlich. Und zerreg' nicht die ganze Zeit. Du bist wie so ein Sandstack, weißt du? Einfach nur ne Last. Digga, du bist einfach wie ein Stein, kannst gar nichts. Du bist einfach nur ne Last, Digga. Digga, ich hab 5 Kills. Das nahmest du mich voll, Digga. Du hast 2 Kills. Ja, jetzt kommt wieder diese... Oh mein Gott, guck mal, was ich gefunden hab. Oh mein Gott, guck mal, was ich gefunden hab. Nimm du das Item, damit du mal ein Crutch-Way bist in dein Inventar. Ich hab ja gesehen, du bist Pro mit dem Item. Ja, ich mach's wieder diesmal. Du kennst. Du machst also wieder Sky-Bag. Diesmal kriegen wir's hin, Leute. Okay, da bin ich echt mal gespannt auf deine Sky-Bag. Bist du gespannt wie ein Flitzebogen? Kannst du wenigstens das mitnehmen, Sperrgranate? Ja. Also ich beobachte das auf jeden Fall, wie du denn eine Sky-Bag baust. Na, okay. So, das beobachten wir. Also ich will da nicht mit S-T und Sky-Bag bauen. Ja, besser ist es, Bro. Ich will auch nicht, dass du meine Sky-Bag berührst, weil du bringst eh immer nur Pech bei sowas. Ach, Leute. Ist schon nicht einfach. Ihr seht unter was für einer Belastung ich hier spiele, ne? An nachts, okay, komm. Man spielt ein paar schöne, coole Runden miteinander. Bro, ich dachte wirklich heute, ich hab mir mal heute vorgenommen, nix gegen dich zu sagen, ne? Aber es geht einfach nicht. Bro, du hast angefangen. Du hast angefangen. Ich hab sogar in meinem Chat gesagt, ich werde nicht starten. Erst wenn er anfängt. Nein, es geht einfach nicht, weil ich so schlecht bin. Ja. Es geht einfach nicht, weil du nicht realisierst, dass du schlecht bist, weißt du? Du suchst halt die Schuld bei jemand anderem. Das ist das Problem. Du musst mal ganz tief in dich hineingehen und realisieren, dass du einfach nur ein Sandsack bist. Ein Sandsack, der von seinen Teammates jedes Mal getragen werden muss. Ich hab da eine Pumpkin. Was labelt ihr, Leute? Ja, die Pumpkin hat er von mir. Hab ich gar nicht, du hast mir eine Pumpkin gedroppt. Bro, ich hab dir die gedroppt in dem Moment, wo du AFK gegangen bist. Du hast nicht mal gehört, was ich gesagt habe. Ja, Bro, ich hätt dir direkt die Pumpkin gedroppt. Bro, das Einzige, was du mir droppen würdest, wären Taschentücher oder so. Damit ich deine Scheiß aufhebe und die beseitige, weil die sonst Fortnite verschmutzt. Egal. Wir sind der Schatz Ritter mit eiskaltem Blick. Wir brauchen keinen Renegade Raider. Ich bin Renegade Raider. Ich bin Esju. Wenn ihr langweilige Unterhaltungen sehen wollt, bleibt dran. Wenn ihr langweilige Unterhaltungen sehen wollt, wo einfach 90% der Runde nichts passiert, schaltet jetzt ein. Guck mal, Leute, wie er versucht, immer alles umzudrehen. In seinen Runden ist das immer so. Und dann schiebt er wieder die Schuld auf mich. Was ist gerade daran spannend, was wir hier machen? Deine Coils wieder. Lass Bläden Parklampen. Was ist hier gerade wieder spannend? Lass uns eine dumme Kiste kaputt machen, die eh keinen guten Loot hat, damit die Runde schneller vorbei ist und wir noch länger langweiligen Content unseren Zuschauern bieten. Also, sorry, wir sehen die Leute nur High-Quality-Content. Also, das ist High-Quality-Content. Eine Scheißkiste fünf Minuten lang aufzumachen. Ja, Leute, weil die Leute wollen wissen, was hier drin ist. Okay, ich verstehe, Digga. Crap und Crap, das passt gut zusammen. Also, nimm den ganzen Scheiß auf. Kein Wunder, warum du diese Dreckskiste aufmachen willst. Nee, bau mal deine Sky-Base, Digga. Bau mal deine coolen Sky-Base. Ich beobachte dich dann dabei, wie du wieder runterfällst und ich dich wiederbleben kann. Alles gut. Bau mal deine Sky-Base. Ich wünsche dir viel Glück zu der Sky-Base-Bron. Hä, das wird komisch angezeigt. Warum sollte man dieses Item wasten und sich diese Laser-Waffen machen und so schlecht? Warum ist es eigentlich so geworden? Warum benimmt sich mein Sohn so daneben? Na, wie sind die Bots da hinten bei dir, Bro? Ja, das sind keine Bots, oder? Ist die Luft bei den Bots gut? Du sagst, das sind Bots, okay, alles klar. Wenn du sagst, das sind Bots, also dann will ich nicht echte Spieler sehen. Bots, klar, sind Bots, Leute. Nee, Bots. Die Boxen bauen. Bro, das gibt's nicht, Leute. Ich hab's nicht mehr, also ich hab's nicht mehr so schnell, ich hab's nicht mehr so schnell reingegangen. Nein, hilf! Nee, 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 nee. Nein, ich komm ja schon wieder. Boah, ich wollte deine Hilfe nicht, sorry. Klar brauchst du meine Hilfe. wie viel kindergeld ich durchstanden kriege kleiner hase kleiner hase nur am ramba zamba machen oder was der arme junge sieht einfach nicht dass ich vor ihm bin und es kommt wieder meine kitts naja also ist es bro ist das eine blow attack? ne ist es nicht ist noch ein jump pad? von wo hat er geschossen? vorne ich gehe gar nicht mal eine sekunde was trinken kann man alter ich gehe dieses item hat mich einfach gekehlt leute das ist so ein scheiß item was denn für ein item schon wieder? ne ich habe dieses item aktiviert wie viele kills hattest du? bro komm mir jetzt nicht wieder mit deinen kills ey komm mir nicht mit deinen kills ich hatte elf dort ist drei ja normal hattest du mehr kills die die